auf geht's jetzt ist spielzeit jawohl spielzeit ist headshot zeit ja jetzt kriege ich immer ja ich auch die erste runde obwohl es sind jetzt hier zwei gegner das sieht ja ganz gut aus ja genau wir spielen heute nach dem motto rettet das klopapier oh ja ich gehe lieber da rein ach du machst hier schon sehr gut aber ja ich glaube das war zu weit immerhin ein bisschen was hallo ich schieße läuft ja immer quer rum okay so wörtlich habe ich auch nicht gemeint ach jetzt ist er weg sehr gut dass er gleich auf mich zustimmen muss also da dreht doch schon wieder einer durch hier ist auf jeden fall irgendwie eine saatmutter und die mordler kommt ja wer kommt gerade mich mal nach oben gerettet da war ich auch ja 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 er wollte es haben haben wir es ihm besorgt genau der hat zwar nicht danach gefragt aber ja wer nicht fragt bleibt um in der sesamstraße und diese grüne sicht werde ich mich nie gewöhne auch hier ist ja noch mal eine die habe ich fett verfehlt hinter dir danke und wo mir oh nein die weg also meine zielgenauigkeit ist heute exzellent ja perfekt hier ist sogar energie falls du brauchst tatsächlich nicht ja hier er wieder irgendwie aus der sieht aus wie so ein modellbausatz irgendwie wo die hälfte fehlt ja hier ist das ding sehr gut dann lösen wir mal den hinweis so hier oben gibt es auch nichts spannendes hier ist auch nichts schönes naja mal gucken wo können wir denn mal hin auch da so schräg rüber ach das sind die wofür die gehen ja noch schon wieder die mordler gucken ob ich den vom weiten anschießen kann aber dann nicht ganz so gefährlich genau ich laufe noch fast in die flamme reine das wäre es ja gewesen aber ich weiß gar nicht ob er noch zündelt wenn er quasi tot ist die alten geile move hingelegten ein schritt nach hinten das war sehr sehr nah ja mal nachladen weil hier kommt doch schon kein zombie nach hochgelaufen ja und 20 gegner so sehr gut ja mach schon einige schlachten geschlagen und ja ich habe noch mal geschossen ach du wasser schießt auch gleich noch mal und verfehle sehr gut na gut da unten ist auch munition ich weiß nicht wie dringend du es brauchst ja immer mal mit kostet ja nix munition in dem spiel ist so wie in der realität das klopapier hier gibt es mehr munition als in der realität klopapier die deutschen haben immer einen sauberen pöter das sagen nicht hier kann man immer bus bauen so was haben wir denn hier alter immer flink unterwegs ja ich würde sagen wir folgen dann erstmal unsere dann ja da von der spinne haben wir leider noch gar keins entdeckt ne stimmt da muss man dann wieder flink sein oder vorher sterben und wahrscheinlich das zweit wasser teufel ich weiß auch gar nicht jetzt geradeaus laufen oder so schräg weil ich glaube geradeaus ganz gut können danach denn ja wieder schräg abbiegen ja sehr gut ich gucke mal so leicht rechts und links dass ich noch mal sicher kein gegner irgendwie übersehe schnauze ja war echt gibt es nichts eine mama zwei mamas mama kasse wollte ich hier headshot verpassen und die hat sich da mit ihrem kopf so blöd hinter diese schräg bewegt das war richtig für den arsch ja der kopf hängt auch so scheiße das ist ja kein wunder dass es ihr nicht gut geht ich sage mal lasst den kopf nicht hängen aber naja kommt nicht so gut ja ich denke mal dass der ethnozentrismus die wird eine schlechte kindheit gehabt haben ja eins haben wir schon irgendwo raus nehmen ach du warst das noch nicht klavier gemacht dass das spät erst angeht ja das ist ja gleich hier auch vorsichtig um ist noch mal war aus unsere das darauf bitte hier geht es ja noch weiter oh ja hier ist es hast gefunden hier ist auch munitionen falls du brauchst sehr gut nähe geballert hier alter das tat weh ich wollte aufs dach springen fast verreckt hier eben bei dem super sprung ich auch das ist aber das dach hat ein loch das war geil ich dachte auch springst du mal schön drauf ne scheiße ist dumm gelaufen ich verbinde mich einfach schnauze ja mal gucken ob wir das noch schaffen da bin ich auch gespannt die anderen beiden haben ihre trophäen schon eingesammelt ja hier ist er schon oder um ist noch eine saatmutter sehr gut ach hier poker und das schreit schon wieder ist aber hier ja ja aber es hat rot geleuchtet ich weiß nicht ob das jetzt ich weiß jetzt nicht mal mehr wie das funktioniert ob das immer noch so ist dass da jetzt gegner sind oder nicht und das denn da ja es bringt doch fett ja okay klar ich habe auch dynamit irgendwie gehört ja irgendwer springt doch draußen rum immer höhe oh shit jetzt hat mich noch ein zombie erwischt ich gucke mal hier oben aus dem fenster als es gibt ich gucke mal ich guck mich mal ich gucke mich mal hier um jetzt prunkt es wieder Ja, ich höre es auch Okay, von da ist er Von da ist er nicht leer So, auf Anker Und es ist wieder beim Brummen Oh, ich höre wie im Laufen Ich laufe hier auch rum Ah, okay Ah, jetzt kommt er von links, glaube ich Von dieser Richtung, also laut meinen Lauschern Ist er da oben irgendwie? Ich weiß nicht, ich sehe niemanden Das gefühlt, hier ist einer reingelaufen Und bekämpft die Spinne oder so Oh ja, das kann sein Spinne wird verbannt Alter, krass Ja Dann haben die da die ganze Zeit schon Die Spinne bekämpft Okay, da kommst du an Ich, äh Ich werfe da oben mal Dynamit rein Mach das mal Vorsicht dich, da wo du reinläufst gerade Ja, ich bin weg Okay Weil das hatten wir ja schon mal, ne? Dass ich da in der Luft gesprengt habe Ja Okay, da haben wir Munition rein, äh Sprengstoff reingeworfen Dann greifen wir mal von der anderen Seite an Das ist ja gar nicht so einfach, ey Weil man nicht weiß, wo die hocken Wir werden wahrscheinlich irgendwo in der Ecke hocken Ja Oh, jetzt bin ich auch das Dach runtergefallen Das ist richtig geil Oh, ne Schwarmutter muss hier auch irgendwo noch am Dach rumfliegen Oh, ich trau mich irgendwie nicht rein, ey Ja, ich geh jetzt langsam rein Oh, ich stehe hier in die Wand Oh, mach schneller Oh Der Höllenhund hat mich draußen getötet, ey Oh nein Ich glaub's nicht, ey Ich glaub's ich hab's hingekriegt Gibt's doch nicht Ja, das ist noch einer Ah ja, das ist er ja Schlumbum, ey Naja Oh Hat er angeschossen Scheiße Liebst du noch, ja, ne? Ja, ja Aber ich Geh mich erst mal verarzt Hier hinten Ja Ich setz mir auch erstmal in Spritze Ja, keine Ahnung von wo, aber hier gibt's auf jeden Fall Munition Ich hab mich mal ein bisschen weiter entfernt hier Ja Super Okay, die anderen erobern uns da auch mal von außen, dann muss das doch für uns auch möglich sein Okay, du bist da rechts Ich guck mal Ich gucke mal Ich glaube, das waren auch neue von außen, ne? Also keine von drinnen, die mich angeschossen haben Okay Kann ich ja theoretisch mal reingehen Oh Oh, hier links läuft einer Ich glaube, hier ist einer drin Hier so die Richtung irgendwie Einer hat auch die Trophäe aufgenommen Ja Also, da oben geht's, ne? Wir wollen mitmachen Der kommt auf dich zu Alter Ich hab ihn Sehr gut Der hat mich mit der Mahete erschossen, äh, erschlagen Ja Ich hab ihn platt gemacht, nicht wieder Danke Jo Ich frage, ob das jetzt nur der eine war? Auf jeden Fall können wir ja jetzt, ähm Die Trophäen nehmen Also Das ist bestimmt noch ein zweiter, ne? Egal, ich hab jetzt eine Trophäe genommen Ich gucke Ich auch Also, ich seh hier keinen in der Nähe Ne Ach, siehste, ich kann den ja Ich hab die Trophäe genommen Kann ich den noch looten, irgendwie? Wo ist er denn überhaupt? Ah, der ist hier in der Treppe Steckt da drin Ah, ja Alter, mal Hab ich Glück gehabt, dass der auf dich zugelaufen ist Hab ihn einmal getroffen Dann kam er auf mich zu Hab ich einmal daneben geschossen Und dann habe ich aber wieder getroffen Ja Ich komm nochmal hier raus Das nenne ich nochmal coole Nummer War das gut Ja, ich würde auch sagen Die dicken lassen wir jetzt erst mal, ne? Ja Laufen jetzt genau drauf zu Ja, das ist eine Schwarmutter Die muss ich mir noch holen Ja Kannst du sehr gerne haben Mhm Ich hab sie mal schlafen geschickt Sehr, sehr gut Ja, da waren scheinbar nur zwei drinnen, ne? Irgendwie und der eine Mhm Ist dann gestorben Und der andere ist dann auch gestorben Ja Das stimmt, wir hätten den wahrscheinlich nochmal durchsuchen können Wo der zweite ist Dann hätten wir den auch nur looten können Ja, aber so haben wir wenigstens Trophäen Ist auch gut Ja, auf jeden Fall Leicht verdientes Geld Hast du geschossen? Ja Okay So, ich hab noch meinen letzten Blick jetzt Sieht gut aus Ich benutze den mal bis zum Schluss Ich hab auch nur noch eine Sekunde dann Mhm Ach, da sehe ich den Wagen Da scheint keiner zu sein Also können wir da hin Mhm Okay Gucken, ob es hier Wasserteufel gibt Bestimmt Nee, doch nicht Oh, dann kann ich bei dem hier auch Die, den Gesundheitsbalken wieder herstellen Da kannst du mir mal helfen Wie es Mal sagen, wie es geht Jo, gerne So So Hoch auf den Wagen La 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 Das ist ja sehr gut Dann War das die erste Runde Und gleich erfolgreich Ja, da kannst du mal sehen Mhm Und jetzt macht's Peng Und dann Head schon Genau, richtig Ja Super Überlebt